Gerhard Richter Während andere KünstlerInnen in ihren technischen Ansätzen stetig nur einen Stil verfolgten, ist Gerhard Richter deutlich experimentierfreudiger. Neben der Verwendung der gängigen Techniken probiert er auch immer wieder unkonventionelle Werkzeuge und Methoden aus. So verwendet er beispielsweise Alkohol, um aus kleinen Tintentropfen blühende Gerinnsel zu erzeugen. Untertitelung des ZDF, 2020